So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Und, ähm, ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt einfach mal die Qualität ein bisschen runtergeschraubt und anscheinend scheint es zu gehen. Das Problem dabei ist, meine Grafikkarte bzw. meine CPU haben noch nicht mal 20% Auslastung, während ich aufnehme und das Spiel in höherer Qualität spiele. Also, aus irgendeinem Grund kommt Open Broadcaster nicht damit klar. Ich habe es aber auch, kann es aber jetzt auch nicht in Flaps aufnehmen. Wo momentan Rendern ein bisschen schlecht ist. Ähm, naja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir jetzt ein bisschen mit weniger Qualität auskommen, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass man das trotzdem irgendwie machen kann. Ähm, müssen wir mal schauen, ne? Gucken wir doch mal rein. Ja, da könnte was drin sein. Guck doch mal rein. So. Aha. Den könnten wir gut gebrauchen. Ich vergesse mal die zwei zu drücken. War der Ton gerade ein bisschen asynchron? Na ja. Gucken noch mal hier rein. Wir haben ein Problem. Was? Wir haben immer noch den Rest des Trainers gelegt. Shit. Ich habe versucht, dass sie die Pinn auszutzen, aber es wird nicht abhängen. Well, wir gehen nicht irgendwo hin, bis es geht. Hm. Ja, das hatten wir ja schon. Ich habe keine Ahnung, was zu tun mit diesen. Okay. Gehen wir doch nochmal mit dem Schraubenzieher hinten zu dem, zu der Kupplung und gucken mal, ob wir da eventuell den Zug loskriegen. So. Tja, was können wir tun? Hier gibt es auch nichts weiter. Na, wir müssen noch mal schauen. Können ja erstmal den Clementine und den Kindern überhaupt diese Cracker geben. Ja, wir müssen noch mal schauen, was sie essen, wie sie essen. Nicht Doc, oder? Nein. Die größte Probleme, die ich immer habe, ist, dass er einen Forken benutzt. Danke, Lee. Klar. Wir haben ein Buch, das wir denken, hat ein paar Start-up-direktionen, aber die Seite ist weg. Well, ich bin sicher, dass ihr euch das herausfinden könnt. Ja, vielleicht später Clementine. Aber im Wohnwagen ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn wir da mal nachgucken. Ah, da ist... Ich habe da ein Bleistift gesehen. Genau. War da noch irgendwas? War da noch irgendwas? Gut. Tja, dann müssen wir nochmal schauen. Schauen. Hey, Sweet Pea. Habt ihr gehört oder gesehen, was hier draußen ist? Kein Sign of whatever lives in the train. Halt es. Halt es. Ich will nicht, dass du die Kinder schraubst. Hm. Tja, wie kriegen wir aber jetzt... Achso, wir müssen wahrscheinlich mit dem Bleistift zu dem Klemmbrett gehen. Das könnte natürlich einiges erklären. So, hier sind die ganzen Schränke. Genau. Okay. Die... Also, die beiden müssen nach unten. Die sind unten. Ach, jetzt bin ich mal rausgegangen. Ich voll Idiot. Die beiden müssen nach oben und dann so. Und der auch noch oben, naja, genau. Nein. So, jetzt müssen wir zur 5. Und den so und den so. Also, drehen wir den um. Wieso der da auch immer wieder rausswitcht? Keine Ahnung. Ähm. Nein. Und jetzt müssen wir noch zur 9. Und die 9 ist, glaube ich, draußen, oder? Äh, hier waren die... Ja, genau. Hier waren die Schraubenschlüsse. Ja, nee. Die wollte ich ja nicht. Die wollte ich ja nicht. Den hier wollte ich. Erst so rum und dann so rum. Hmm. Holy shit! Wir sind Gold. Ja, wir sind. Gold. Ja, fühlt sich gut. Wir haben das. Mom, wir sehen, ob sie gehen wird. Tja, schauen wir doch mal nach. Es ist alles dein. Gashebel. Aber ich glaube, ich habe da gesehen, da hat sich was bewegt, ne? Aber schön, dass der Zug jetzt läuft. Damit haben wir eine wirklich reale Chance, hier wegzukommen. No... Wir sind dort vorbei. Ey, Kenny, wir sind verschont. Nein. So. Wer ist das? Wer ist das? Ich habe die Räume auf die Räume. Das ist gut, du kannst es haben. Wirklich? Ja, ich habe sie alle hier. Ich glaube, es ist kein Schmerz für was. Name ist Chuck. Charles, wenn du willst. Leer. Das ist dein Schmerz da draußen? Ja. Und der hier in der Räume. Er auch. Ich sehe dich durch hier. Und dachte mir, dass du die Räume von dir ausstattest. Was? Aber ich kann mich nicht so machen. Du hast mich immer noch etwas Angst. Die Leute machen das. Ich habe schon alle von draußen kennengelernt. Sie sind alle warm zu mir schnell in der Räume. Sie sind alle warm zu mir schnell in der Räume. Er hat uns Kandy gegeben. Ben auch. Willkommen. Danke. Habt ihr kennenzulernen? Ich bin sicher. Der Mann hat meine Liebe mit dem Weg. Das ist sicher. Ich bin sehr entschuldigt, dass dein Kind nicht gut fühlt. Ich mag deine Worte. Well, mit einem kleinen TLC, ich bin sicher, dass er so gut ist, in kein Zeitpunkt. Und ich kann euch alle was, was ich habe. Obwohl es nicht viel. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Warum nicht wir auf... Stay mit uns. Wir möchten die Firma. Kann sogar Gitarre spielen. Wahnsinn. So, that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left. So just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then? Haven't find anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. We can keep going if you want. Damn right I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. It's talk through. Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Let's do it. All right, let's do it. Let's do it. Okay, then we'll use the gas heater. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht gut Thank you Could you just get that off his face, please? He's out of time We need to stop this train Okay Please Tja, dann müssen wir Scanny wohl sagen Das wird nicht leicht You need to stop the train Duck's just about gone back there, man Don't feed me that bullshit He'll be fine He won't be He's going, Kenny What is the goddamn deal? He's a little sick But we can't just quit It's a scratch He's not like the others Jesus All y'all are just making it worse This isn't about Duck It's not about my son dying What the hell do you know? You're not my friend I don't hate you You sure as shit Haven't done anything for me You couldn't save Herschel's son then And you can't save Duck now Shut your mouth So you're running like a coward I told Kaja I'd get you to stop this And you bet your ass I'm gonna Kenny, forget it If we don't get along I'm not letting you do this to Cat and Duck Nein, Kenny You want to hurt people because you're afraid Losing Duck ain't enough for you Because you're fucking lose everything acting like this I'll fucking kill you before I let that happen I'm sorry I'll fucking kill you before I let that happen I'll fuck you Untertitelung des ZDF, 2020 Ken, it's... I think it's time The boy's been bit, in case you haven't figured that out What do you need? I... I... Katja It's time to... This is not possible What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things But what if... what if he doesn't? Kenny, I love you very much I love our son more than life itself I need you to hear me What you are saying That he may not turn Is foolish But... No There's... Come on, Kat If you think of one You let me know Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it Just drift off to sleep Right, hon? I mean... Jesus, this is our son I know But we know It's here Or nothing Fuck Just who then? You want me to? You don't have to I'll do it No You don't have to It's true Gotcha Fuck I can't I can do this I'll do it No It should be a parent No parent would have to do something like this Lee's right, Kat We can say our goodbyes and Just let that be it I don't know Lee You'd be doing this family a great service Why don't we take him into the forest So Clementine doesn't have to see Yeah Give us a moment To say goodbye Of course Schwere Momente im Spiel Aber es musste getan werden Und wer weiß, was jetzt doch passiert Auf dem Weg in den Wald Auf dem Weg in den Wald Und wer weiß, was jetzt doch passiert Doug ist dein Ich weiß Was machst du? What are you doing? I'm gonna make sure he's okay But how? He's bitten By making sure he doesn't come back Oh Was ist passiert? Was ist passiert? Sie hat sich mit ihm das Leben genommen Why? Kat Honey Oh Fucking God Oh my God I I I I I I I I Der kommt gleich wieder. Das sollte niemand tun müssen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder.